Das ist Manticore. Ein biologischer Wirkstoff, der auf spezielles Erbgut abzielt. Wenn deine DNS-Signatur nicht in der Atlas-Datenbank steht, bist du tot. Das heißt, wenn er das Zeug im Kampf freisetzt, überleben seine Leute und wir sterben? Genau. Der Kontakt mit nur einer Spore ist tödlich. Schutzanzüge sind nutzlos. Ist es einsatzfähig? Keine Ahnung. Aber wir haben hier diese Probe von ihm. Also könnte er es auch schon industriell produzieren. Wenn ja, brauchen wir die Infos. Wann und wie. Nur so können wir Ions aufhalten. Das Problem ist, Atlas hat dutzende Standorte für Massenproduktion. Bis wir den richtigen finden... Gideon kennt den Stato. Du sagst, du vertraust ihm? Wir brauchen ihn für die Mission. Wir haben keine Wahl. Das Spiel ist eine alte Holzfabrik in Bulgarien. Wir schließen dann am Treffpunkt mit Kormick und seinen Leuten auf. Drei Minuten bis zum Ziel. Du hattest recht wegen Ions. Ich muss es wohl akzeptieren. Besser jetzt als nie. Wenn du nicht wärst, würden wir noch im Dunkeln tappen. Wie in alten Zeiten, ne? Lünder, wir weiter 5-3. Sind getroffen. Atlas-ELP. Fuck! Axos-Versage! System was heißt. Wir gehen runter. Festhalten! Komm! Spring! Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Let's play Call of Duty Advanced Warfare. Wir haben einen Exotyp Spezialist. Und wir sind gerade abgestoßen. Junge, was? What the fuck? Da sind sie! Beeilung! Nicht in das Schussfeld des Schafschützen! Alles klar. Alter. Ich hoffe, dieser Gideon, äh, äh, verarscht uns nicht. Und tut uns hier einen Hinterhalt rein, äh, äh, bringt. Ich hoffe für ihn. Oh, Alter. Schnell, 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 schnell. In den Wald, hier. Oh, fuck, Jugend. Wir sind viel zu langsam. Komm. Jawohl, ja. Wir haben es gleich geschafft. Ich weiß nicht, wie schnell der da drüben war. Ich weiß nicht, wie schnell der da drüben war. Ich weiß nicht, wie schnell der da drüben war. Ja, hallo. Hä? Hier rauf. Oh, müssen wir wieder fünf Stunden warten. Wägung! Und los. Oh, komm, schuldier. Na, komm! Exo bereit. Tarnung. Tarnung? Nice. Okay, wo ist Gideon? Ach, ne. Ach, ne. Ich hab' ich nicht gesehen. So. Drohne. Nicht bewegen. Alles, oh, Alter. Ein Hirsch. So, können wir jetzt mal weitergehen. Das wäre ziemlich geil. Also los. Okay, und los. Auf die Energiezellen warten. Bewegung leert sie. Patrouille nähert sich. Übernimm den Formen. Wir haben uns gesehen. LOL. Okay. Da hab ich jetzt, da hab ich jetzt ehrlich gesagt, gar nicht drauf geachtet. Patrouille nähert sich. Übernimm den Formen. Wie die sich da, äh. Jetzt langsam. Aber durch diese Bäume sieht man überhaupt nichts. Ah. Nice. Und der andere? Ah, okay. Da wird von dem gekillt. Sehr nice. Der Schalldämpfer. Nur im Notfall abfeuern. Halten wir den Deckel drauf. Kingpin, hier ist Sentinel-2-1. Unser Heli ist abgestürzt. Sind auf der Flucht, benötigen sofortige Evakuierung. Negativ, Sentinel-2-1. Tun Sie sich mit Sentinel-2-3 zusammen. Verstanden. Alter Scheiße. Zu viel Aktivität. Rechts flankieren. Rechts flankieren? What? Wir müssen kurz anhalten wegen unserer Batterie, sonst werden wir mal enttarnen, denn das wäre ziemlich uncool. Was hält sich auch so scheiß langsam auf? Oh, nice. Ich glaube, da hat das einfach mal kurz selber gemacht. Lade auf. Okay. Also können wir kurz ausschalten oder was? Ah, nee. Dann wird sofort aufgeladen. Nice. Zwei im Fahrzeug. Stammladung platzieren. Erledigen wir sie schnell. Übernimm den Passagier. Okay. Platz hier. Nee, erstmal den... Schalte ihn außen. Nice. Spitz. Spitz, klasse. So, und jetzt schauen wir uns wieder an ihn, weil wir jetzt unsere Energie wieder vollgeladen, Junge. Moment, lade auf. Stammbitchel, da kommen sie. Lol, wurden wir jetzt entdeckt wegen ihm? Da kommen noch mehr. Jetzt muss ich mich auch enttarnen, weil wir fast keine, äh, äh, Uhr von wo. Was, per verringen wir haben? Alter. Lol. Alter. Jo, wie, was, wie, alter, what? Da funktioniert doch alles wunderbar und dann, ich hab mich grad sowieso gefragt, ob der nicht hier sein Ding mal ausschalten will. What the fuck, einfach nur. Ja, mach ich jetzt auch kurz. Okay, wir wurden irgendwie jetzt diesmal nicht entdeckt. Komisch. Dann lag's wohl doch an mir, oder wat? Komisch, komisch. So, langsam vorangehen. Konvoi voraus. Moment. Tarnung aufladen. Alles klar. Du, 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 du. Da kann man sich nicht durchballern. Deckung suchen. Okay. Ich hoffe, ich lieg hier gut. Boah, Junge, Alter. Das sind mega Dinge. Die sind aus, die Titan, ist von Titan voll. Ohne Spaß. Wir sind fast da. Sieht nicht so aus. Suche. Okay. Dagegen ist Tarnung nutzlos. Weich dem Strahl aus. Okay. Warte, bis die Patrouille durch ist. Auf den Strahl. Ach, naja, ist ja gut. Ich bin doch direkt hinter dir, Kerle. Okay, los. Go, 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 go. What? Hat er uns das entdeckt, oder was? What? Boah, Alter. Die kommen aus dem Westen. Schnell hinterher. Wir nehmen schwere Verluste. Wir sind durch. Weiter. Ja, Sigi. Alles klar. Aber what the fuck? Genau. Nur weil wir unter dem Baumstamm durch sind, haben die unsere Spur verloren. Ja, Sigi. Komek, wir kommen. Verstanden. Alles klar? Wir müssen evakuiert werden. Wir mussten einige töten. Wenn sie die Leichen entdecken, ist die Hölle los. Die Mission läuft noch. Ausrüsten die Mission lief von Anfang an schief. Wir gehen erst, wenn wir das hier gesehen haben. Ich sehe überhaupt nichts. Nox, zeig's ihnen. Übertrage mein Signal. Chemische Signaturboss. Jede Menge. Sie haben was zu verbergen. Die Initiative ist verloren. Versuchen wir es ein andermal. Es gibt kein andermal. Wenn das schief läuft, liegt es an dir, mein Freund. Es liegt immer an dir. Alles klar. Ich möchte aber auch mit. Ah, da kann ich abzahlen. Junge, Junge, Junge. Ich hoffe, das läuft dir nicht ganz aus dem Ruder. Sehr, Bastard. Das muss man ihm lassen. Ziehen wir's durch. Boah, Alter. Holografische Bäume. Achso, ich wollte gerade schon sagen, das sieht ziemlich scheiße aus. Zielgebäude voraus. Zwei Wachen bei der Kamera. Okay. Oh, wir sollten uns vielleicht tarnen. Mitchell, Ziel wählen. Ziel wählen. Nice. So, enttarnen. Hier brechen wir durch. Mitchell, bring uns rein. Yo, machen wir mal. Bam, Junge. Jawohl, ja. Wir haben das Zielgebäude infiltriert und dringend zum Serverraum vor. Verstanden. Empfangen starken ISR-Feed. An den Plan halten. Verstanden. Über die Treppe. Ich gebe Deckung. Ich bin schon über die Treppe, Junge. What? Wir brauchen hier. Das ist es. Mitchell, geh vor. Okay. Ich tarn mich mal. Lol. Okay. Wegkonsole. Ach, hier. So. Dann schauen wir mal. Hey, Jungs. Durchsuchen. Laufwerke, Daten, alles Interessante. Ihr kennt das ja. Kingpin, starte jetzt die Analyse. Ablink, folgt. Bereit zum Empfang des Pakets. Die beiden da drüben. Hm, hm. Nicht das ja. Wir haben das Paket. Übertragung. Okay. Ablink bestätigt. Upload komplett. Abfackeln. Termin. Ja. Hier läuft mehr als nur Biowaffen. Ja. Damit kriegen wir eins. Alles klar? Alles klar. Okay. Ja, dann wird empfangen. Gut gemacht. Weiter mit Sekundärzüge. Verstanden. Okay, nice. Verstanden. Alles klar. Da schießt wir uns eben durch. Okay, Tarnung ist keine Option mehr. Auf Sensoren achten. Sie stören unsere Exos. Los. So. Ich weiß nicht, dass mir hier so eine Warngranate. Jawohl, ja. Warum kann ich denn nicht durch diese Mauern schließen hier? Erfolge. Und die nächste? Boah, das geht bis hier. Warum kann ich... Boah, wie viel hält denn der Juni aus? So. Erstmal ein bisschen Spray. So. Dann diese Kamera ausmachen. Prima machen wir auch noch so eine Kamera, aber da kommen wir, glaube ich, nicht hin. Oh, Alter. So viele Leute. Oh, Alter. Alter. So war ich kurz blind. Oh, nice. Oh, nice. Die Wache ist einfach geil. Alles klärchen. So, die drei wären hier weg. Jawohl, ja, das war ein Headshot, Junge. Fakt, da kommen wir jetzt schlechthin. So. Dann geht's hier weiter. Das ist unser eigener. Alter. Oh, wir haben keine Muni mehr. Das ist Gaten. Und wieder... Typi heißt. Wartet mal, da brauche ich kurz... Eine gescheite Waffe. Jawohl, ja. Haben wir da nicht gerade einen Kili gehabt? Ne. Hat wohl nur so ausgesehen. Aber die... Wie heißt sie? ARX ist natürlich auch nice. Dreischusswaffe... Ziemlich stark. Eigentlich. Hab ich. Okay, haben wir ab. 3, 2, 1... Boom, Junge. Kingpin, Material ist gesichert. Bereit zur Evakuierung. Primäre Landezone zu heiß. Zu viele Feinde am Himmel. Landezone 3 Kilometer südöstlich. Ein T740 im südlichen Hangar identifiziert. Dort steigt ihr ein. Verstanden. Sind unterwegs. Okay, alles klar. Immer besser. Gehen ist nicht so glücklich. Einfach mal ordentlich rein, sprayen, Nate raus und abwarten. Rückwerfen, zurückwerfen. Boah, Junge. Boah, Alter, die halten mehr aus, als ich gedacht hab. What? Die haben drei Schläge. Da hat zwei Schläge von mir aus geholt. Dumme Hure. So, und go, go, go. Boah, Alter, wie viele Gegner denn noch? Boah, die halten aber richtig viel aus. Alte Jünger, die halten übel viel aus. So, jetzt können wir vorrücken. Da steckt er es fest, oder was? Ja, steckt fest. Ich weiß auch, Raketenwerfer, Junge. Ich hab was viel Cooleres. Boah, Alter. Ich komm jetzt raus, Junge. Jawohl, ja. Da fahrt auch noch gerade einer. Ja, sehe ich, das ist ja wahrnimmig. So, schnell weiter geht's. Boah, Alter. Erschreckt mich doch nicht so. Oh, wir können hier hoch. Das ist natürlich, äh, jawohl, ja. Ein Snipergewehr. Ein Snipergewehr. Ein Snipergewehr. Oh, Junge. Erstmal in Deckung gehen. Und so eine Knappe raus. Okay, da unten ist wohl einer. Kann ich denn da so spielen? Ja, Mann. Es zählt aber wohl nicht so viel. Alter, drei Schüsse halten die aus. Alter, weg, 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 weg. Ich will nicht sterben. Munition erstmal aufnehmen. Boah, Junge. Nee, 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 nee. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Ist er da drin? Ja, Sigi, Junge, ist er da drin? müsste die schein der nicht richtig zu wissen was man tun soll die tür wartet wartet ich möchte auch mit alles klar wir gehen da hoch ja da gibt man ordentlich deckung wichtig ein schaden jungs ohne spaß gut ok durch 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 so nice hier durch ich wette wir schlossen gleich auf richtig viel äh äh gegner oder auch nicht sicher unser gefährt versuch es zum laufen zu bringen verstanden die 740 noch ein prototyp kann nicht so anders als ein 600er sein ok alter mit dem gleich fahren das ist ziemlich hammergeil startvorgang woat hand hoch wer kann das ding steuern ich ich mich und ich sind an 600ern ausgebildet diese triebwerke sind neu abbruch wort rum bildschirm alle befehle fort unterwegs zu landezone schwarz ankunft in zehn minuten ok hoch und los ja ich kann ich kann mir nicht jetzt nice alles system tracks ok also gut mit genau wie im training ja und los wachensysteme online fahrer aus fahrer aus fahrer 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 so alles weg die kleinen buchen alter zu meis ok tell meis shots ok um wir das auch ein bisschen beschleunigen hier doch nicht so dass praktisch die granaten das geht ja so ok ok lol auf raketen wechseln vorwärts linke seite verstanden vor und namens bestätigen die mp auf die rubschrauber noch mal feuert lol so vorwärts ist erledigt doch kriegt sich richtig richtig oder es ist da klüger mit dem jahr ja das wirklich über den fluss so wie system ist nicht mehr lange gut aber es hält noch ein bisschen alter noch so ein treffer und dann war es das noch mal vorher die landezone müsste gleich hinter diesem kampf sein ok ich will zurück so Robert weg schluss von links Panzer kommt die straße runter Schuss Panzer da kommt noch mehr in Vögel den Hügelhof so Panzer weg halt jetzt haben wir hier ganz schön was zu machen hier Junge fuck ok raus 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 hier ok ok dann los ja lass mich doch einsteigen hier Junge auf was warten wir noch los los schluss gut gemacht soll das sobald das entschlüsselt ist ist Atlas Geschichte evakuierung abgeschlossen ab nach hause ok amale neue punkte sehr nice so zwei punkte für die erkennung aktive granaten erkennung das brauchen wir nicht sprinten machen wir vorher vorrat erhalten nice ja ich würde sagen das war es wieder mit der folge haut rein wenn du bock habt das nächste mal wieder ein und haut rein